Und damit willkommen zurück zur schwierigsten Schlacht, die ich in diesem Dingens noch zu schlagen habe, abgesehen von der, wo ich hier komplett zerstört wurde, den Karok. Wir müssen kämpfen. Einmal hier. Dol Guldur, eine große Armee von Menschen und von Zwergmenschen, plus ein bisschen Mordor. Greift uns an. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwie irgendwas zu tun. Ich könnte versuchen, die... Versuche ich, die Fähigkeiten zu cheesen? Ich glaube schon. Aber ich habe nur eine Truppe. Gut, wir machen es jetzt trotzdem. So. Genau. Wir versuchen, es zu cheesen. Es wird wahrscheinlich eh nicht klappen. Wahrscheinlich verliere ich Dol Guldur. Es würde mich sehr wundern, wenn ich das überlege. Aber wir versuchen es. Wir schauen mal. So, er kommt von unten. Das macht es natürlich noch mal schwieriger. Okay. So, Vorzug. Einnehmen. Go. Schnell. Das macht halt gar kein Damage. So. 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 Jetzt schnell. Jetzt gehört das Gebäude. Okay. Gut. Es ist nur ein 25. Oh. Die Katapulte müssen halt weg. Nice. Nice. Schaffen wir das. Ich befehlige die Leitseichen zum Banner unterstellen. Wir bauen für die Eisenkorb. Das ist nicht mehr. Ich werde euch nicht mehr bevor. Baut er die Zeit. Ruhe, ihr Maden. Keine Widerrede, ihr Glocken. Schauen wir mal. Angmar muss auch stark. Ich übernehme das Kommando. Ruhe, ihr Maden. Ich befehlige die Leitseichen. Sehr schön. Und die Haus Angler. Wen soll ich uns zum Banner unterstellen? Hört ihr zu, die Macher untergehen. Okay, okay, okay. Ja, ja, das ist ja klar. Und hier ist ja Quarkkrieg, ne? Ja, ja. Oh, da hinten habe ich noch ein Ausbildungsgebäude. Das sollte ich natürlich benutzen. Gut, durchs Tor sind wir schon mit durch. Habe ich hier noch Lanzenpfleger? Nein, da habe ich hier sehr viel verloren. So. Na komm. Ah, so viele Reiter. Nein, 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 nein. Ah, das ist ganz schlecht. Das ist jetzt ganz schlecht. Ruhe, ihr Maden. Oh, oh, oh. Neues Gebäude ist fertig. Vorwärts gesteckt für den Waden. Und jetzt, der Wacker muss erstarken. Okay. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Dafür haben wir nicht viele Brust vom Markt. Ich habe halt kein Geld gerade. Das ist das Problem. Wow, 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 wow. Okay, krass. Ehrerlich, aber okay. Ich bin so am Popo. Muss das nicht krass machen. Ich meine, das ist doof, aber das ist nicht schlimm. Das ist doof. Das ist gut. Das klappt noch nie. Das passt. Ich meine, da war halt alles ausgerüstet, ne? Kein Wunder, das ist so wehtart. So, der muss sterben. Das Bataillon muss sterben. Kriege ich hier 80 irgendwo hin? So, mach mal hier mal auf, damit wir das töten können. Genau. So. Die hier müssen weg. Das ist ganz wichtig. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Und scan die Rohstoffe aus. Nee, das ist wichtig. Oh, da ist ein Gott. Ach, bitte, Leute. Der Level 3er muss halt wirklich weg. Ammers. Nee, der lebt immer noch. Die hat fürs erste Behalten. Ah. Zurück an die Arbeit. Anströmen. Ein schönes Greich für ein paar Leitallgenä. Ruhe im Atem. Die Strecke. Jetzt ist er schon wieder da hinten drin. Das ist getzend. Das ist echt getzend. Der Feind greift unseren Baumeister an. An die Arbeit. Wir werden den Wald angegriffen. Unser Baumeister wurde erschlagen. Unser neues Gebäude ist fertig. Die Truppen werden angegriffen. Ich spreche mit der Stimme des nächsten Königs. Zurück an die Arbeit. Den Gründer, Angmar, Steine und Eisen. Ist ja die Frage, ob hier irgendwo noch Spinsen sind. Ich seh's nicht. Boah, Leute. Okay, da krieg ich einen Baumeister. Ist schon schlecht. Ja, Katapulte. Ja, kann ich das nicht ändern. Ich kann's nicht ändern. Boah. Ne, 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 da kann ich nicht stehen bleiben. Ich glaub, Dollgoldur schaff ich nicht. Mir kommt zu viel Schwachsinn. Und zum Banner unterstellen. Ich befehlige die Leib eigenen. Arbeitet vor, da ihr werdet gekrechnet. Ihr habt das Arbeit, wo wollt ihr wollt. Ihr schnickten den Magen. Meine Wasted viel Stuff, aber... Ich spreche mit der Stimme des schnickten Königs. Die Katapulte komme ich einfach nicht an. Er macht mir alles kaputt. Und ja, ich kann's nochmal versuchen, irgendwie mit dem Wolfen, aber so lange werde ich nicht überleben. Ich glaub, so lange werde ich einfach nicht überleben. Ich hab ja nichts. Ne, ist ja das Ding. Hab ja nichts. Ich bin hier komplett lost. Da geht nichts. So, jetzt kommen die Werfer. Ja, genau. Ja, das Türmchen ist auch weg. Ne. Also, ich... Ich sehe es nicht, dass ich durchhalte, bis ich ihn töten kann. Ich sehe es nicht. Also, der Baum ist doch noch getötet. Ist auch weg. Ja, also... Ich sehe auch keine Spinnen mehr, weil die ganzen Türme abgerissen wurden. Wow, der wurde komplett weggeheated. Auch nicht schlecht. Ja, also ohne Armee. Schwierig. Und jetzt Wolfi kommt noch, aber ich hab auch keine Vision. Will ich hier irgendwie Vision hin? Ne. Sie zerstören unsere Gebäude. Wir werden angegriffen. Die Schlacht hat begonnen. Wir müssen sie erneut in der Unterwehr. Ich übernehme das Kommando. Ich befehlige die Lanzenträger der Hygiene. Wir werden hier baumachen. Ich meine, ich kann sagen, okay, hört's auf, das kaputt zu machen. Vielleicht, vielleicht geht da noch irgendwo. Ich glaub's ja nicht. So viel Damage kann ich gar nicht machen. Aber man kann's ja mal probieren. Man kann's ja mal probieren. Ich weiß ja nicht mal, wo er ist. Das ist das Problem. Hallo? Ich kann... So. Ist er hier irgendwo? Da ist er. Da ist einer. Einer ist hier. Ja, toll. Naja. Vor allem, ich krieg ja die Baumeister auch nicht weg. Na, das ist das nächste. Dieses Land gehört nie der Wälder. Und Morda hat jetzt nicht wirklich viel gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen. Morda war jetzt nicht das Problem. Na. Das ist ja nett. Bringt aber herzlich wenig. Weil nochmal werde ich das nicht überleben. Ist einfach so. Das hat auch keine Spinnen mehr und nix. Ja. Da ist er. Das ist durch. Okay. Schade, ich hab's nicht geschafft. Aber gut. Ist... Ist halt so. Mit ner Armee vielleicht. Aber Dol Guldur ist nicht mal schwierig. Na gut. Trotzdem hockt er jetzt hier drin. Und... Naja. Ja, dann dauert's halt nochmal ein bisschen länger. Das heißt jetzt so. Gut. Wir können hier weiter voranschreiten. So. So. Da können wir doch bestimmt noch ein bisschen was tauschen. Genau. Der Rest rennt rüber. Soweit wie es halt geht. So. Das bleibt hier. Hier rennt rüber. Genau. Okay. Das muss nicht sein. Der kann hier hin und dann da so lang. Ja. Der bleibt stehen. Das ist eh egal. Hier ist knifflig. Aber ich greife hier an. Hier könnte ich noch Truppen brauchen. Aber... Okay. Wir haben noch ein paar schwere Schlachten zu schlagen tatsächlich. Krass. Ich hab so keinen Bock. Ich will nicht mehr. Nein. Ich will das durchbringen. Aber es ist so viel. Ich hab schon 8 Uhr. Das Ding ist, wenn ich jetzt Pause mache, dann verschiebt sich das PC zusammenbauen noch weiter. Ich kann auch einfach sagen, ich lass es sein Pech. Aber wenn ich es da nicht hinkriege, die Daten rüber zu ziehen und das Spiel wieder zu starten, dann kann ich das nie wieder fertig spielen. Das ist ja auch scheiße. Das macht dann auch keinen Spaß. Vielleicht mach ich... Ich meine, ich muss den PC nicht heute machen. Ich kann es auch morgen machen. Aber ich hätte halt gern. Ich hätte gern. So, er greift jetzt hier an. Ah, mir fehlen auf einmal wieder Punkte. Okay. Ah, wow. Mir fehlen ja krass viele Punkte. Okay. Gut. Ja, ich soll wohl du verloren. Ach, klar. So, ich hoffe, der greift auch bald an. Ansonsten stehe ich hier mit den Füßen glatt. Das ist auch nicht so gut. Ich befehlige die Leiträgenen. Ich befehlige die Lanzenträger der Hügel. Ich bin böse. Würchtet die Eisenkronen. Die Eisgeschosse sind jetzt kalt in der Eis. Wir haben eine neue Halle, der ihr werdet gekneichtet. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie bei uns steht. Bringe Angmar Steiner und Eis. Angmar muss erstarken. Die Stacheln sind gestärkt. Gut. Halt auf, mir fehlen. Unser neues Gebäude ist bereit. Bisher herzlich willkommen. Arbeitet ihr die Eisheit ohne Rode. Dann schauen wir mal weiter. So. Unser neues Gebäude ist fertig. An die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölf. Halt es nicht weit. Ach, wir sind auf einen Vorposten gestoßen. Alter, kein Köln. Wir dienen der Eisentrone. Gut. Ich bringe Angmar Steiner und Eis. Hörter auf, mir fehlen. Würchtet die Eis. Er will das Gebäude einweisen. Hörter auf, mir fehlen. Würchtet die Eis. Wir sind hier fertig, dass die Trolle nicht sehen, dass ihr herumsteht. Hier wartet Arbeit auf euch. Hier wartet es ein Teil in der Blitz. Wir bauen für die Eisentrone. Baut endlich. Weißen wir es ab. Macht euch bereit, wir müssen euch stark. Wo geht er jetzt hin? Baut endlich. Wow, 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 wow. Das ist ein Catapult. Alter, what the freak? So viele Katapulte. Hallo? Aha. Ja, aha. Und was ist das jetzt hier für ein Ringo-Go-Around-Dingens? Auch lustig. Ne gut. Ne gut. Ah, mein Baumeister. Bleibst du mal da? Ah, mein Baumeister. Ätzend, die Map, ätzend. Ist auch schon wieder kaputt, cool. Werden sie das. Werden sie das. Na dann. Wen soll ich unserem Schanner unterstellen? Sie barbaren Wissen, ihre Exos zu schneiden. Zerstört alles. Sie greifen die Mühle an. Geld. Geh hier. Die Klingen sind hungrig. Wir sind zurück an die Arbeit. Arbeiten für die Einfachsteine. Ruhe, ihr Magen. Okay, so. Was fehlt jetzt noch? Ich bin weniger die Lanzenträger der Hüge. Ruhe, ihr Magen. Hör mich. Die Truppen werden angegriffen. Ah, ja. Rauschieren zum Sieg. Ich bringe Angmer Steine und Eis. Das Gebäude hat aus dem Hexenkönig. Unsere Mühlen werden angegriffen. Löschen sie aus. Schön. Wir müssen Tanten. Ruhe, ihr Magen. Sieg oder Tod. Wir dienen der Eis. Ja, dann Sieg. So. Leide, leide, leide. Tschüss. So. Wir sind buffen. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist das alles. Meh. Das ist ein neues Gebäude. Das hier herumstehen. Das Heiz ist nah. Ja, ja. Der böse Fang. So. Gollum ist egal. Niemand interessiert sich für ihn. Ah ja, der greift hier an. Okay, aha. Hm. Alter, die KI macht das ja richtig gut hier. Ist ja richtig krass dabei. Können Sie mich kaputt machen. Dankeschön. Ah ja. Dass die KI schon wieder vorher ihre Dunkelheit hat. Echt unfair. Ja. Aber na gut. So. Dann machen wir jetzt mein Wetterchen drüber. Ja, das sollten sie halt nicht mehr können. Ne. Deswegen habe ich ja den ganzen Bums dahin gebaut. Wir sind die Herren von unserem Banner unterstellt. Wir stehen wie die Lanzenträger der Abwehr nicht benutzt. So. 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 Da oben wird auch schon alles kaputt sein. Aber schauen wir mal. Vielleicht ja nicht. So. 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 Oh, wie auch! Oh! Ich übernehme das Kommandis. Geht doch. Er ist zu groß. Das sagt sie auch immer. Tja. Am Ende passt es dann natürlich trotzdem. Aber... Naja. Schön. Boom, boom, boom. Und noch mehr Steinchen. Tschüss. So. Dol Guldur wird noch schwer, aber... Die Schlachten sind halt einfach nur... Nervig, das ist alles. Ja, behalt mal den Rums. Next. 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 Schnell, schnell, schnell. Ich muss das durchfeitschen hier. Patsch, 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 patsch. Gutes. Das hat echt anstrengend. Gott. Oh mein... Oh mein... Oh mein... Alle werden sie vor der Eisenkrone knühen. Lass die Prolle nicht sehen, dass sie herumsteht! Unser mit allen aus dem Weg... So... Okay... Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht! Zurück an die Arbeit! Du 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 du... Na ja... Na ja... Es ist egal... Ja, den Trolle sowieso nicht. Ja, dann mach halt! Das Gebäude ist fertig! Ich... Ich... Arbeite! Oder ihr werdet gekleitert! Immerhin die Musik ist gut! Und weiter geht's! Aha! Schießt weiter an dem Fallloser Tod! Bei der Neuheit zu Recht an die Arbeit! Gut! Arbeite! Oder ihr werdet gekleitert! Jetzt gehört es Gefäude ohne Schau! Wir warten auf die Schlachen! Wahrscheinlich wird das schlecht! Ja... Whatever... Interessiert mich! Voll egal! Wir warten auf die Schlachen! Sind die Herolde der Eisenkrone! Da hörst du es! Sie sind die Herolde! Hä? So! Ja... Zeitversche! Aber... Was ich mir noch nicht überlegt habe, ist, ob ich bei Warhammer dann sage, ich muss jede Schlacht selber schlagen oder nicht. Weil einerseits wäre das ziemlich, kann man machen, andererseits manchmal ist es halt echt so. Und ich glaube nicht, dass ich das machen werde, dass ich jede Schlacht selber schlagen muss. Fühle ich jetzt nicht so. Aber man kann halt viel über den Autosolver auch cheesen, wenn man sagt, ja, ich schaffe die Schlacht nicht. Aber der Computer denkt, ich müsste sie schaffen. Und dann schießt man halt, sagt, automatisch berechnen, boom und fertig. Das ist dann halt auch einfach doof. Oh Gott, das ist die... Puff. Ha. Naja. Jo, schwierig. Ähm. Äh? Was ist da jetzt aber eigentlich? Dass die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen. Mal gucken, mal gucken. Ich glaube, das sollte ich auch einnehmen. Wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich sollte ich... Bis er auf einmal schneller läuft, ne? Schöne Ablassung. How about you don't? Da kannst du drauf schlumpzen. So. Äh. Jetzt nicht. Okay, aber das geht, das geht, das geht. Die Mühle ist kaputt, ja das ist doof, aber der Rest so, das passt schon. Ja ja, das passt schon. Hallo? Schafft er das? Läuft halt einmal außen rum. Oh, da kommt noch mehr. Aha. Okay, ja ne, das geht nicht. Das ist nicht super, aber es geht schon. Gut, das ist natürlich teuer gewesen, aber whatever. Das sind wir hier. Puh, boah. Uhhh. Nice. Double kill. Sehr schön. Ja, da hat schon viel Bums hier, ne? Na ja. Ah, das bringt halt herzenswählen. Er hat halt viele Truppen, viele Ausbildungsteile und so. Jaja. Aber gut. Bums. Schöner Treffer. Bleibt hier mal da. Ja. So. Ah, ne Mühle. Okay. Das ist halt saugfällig, wenn du das so rumballerst. Komm, es muss nicht sein. Also unnötig. Unnötig riskant. So. Tough game. Unnötig riskant. So. Unnötig riskant. So. Ich werde als nächstes ne Schmiede bauen. Rückenstallschmiede. Ja. Ähm. Ich werde wüssten. Unsere Pfeile flüstern. Ich bin der Erste unter das Kürze. Ja, ich will es mal weiter machen. Ja, wir nehmen der Reich. Ein Laufwerfer bereit. Eisenkorn erruft. Auf Befehl. Wir sind die Runden des Todes. Na gut. Oh. Aber jetzt soll ich noch ein bisschen Geld, ne? Ab der hat ja viel zu wenig Geld. Ich bleib die Laufwerber bereit. Ja, mein Gast, die wollen mit. Das Gebäude gehört jetzt dem Hexenkönig. Sie werden alle fallen. Macht sie nieder. Na, bleibt er stehen. Nö. Schade. Pardon. Stören. Jeder? Bewe may die werfe ziehen. Sicher gut. Moment. Ich bin nie. Ich hab sientes aus. Ich bin nicht da geblasen. Nach Luierl facebook. Das ist ein Magier. Doch, doch, doch. Läuft grad noch nicht so. Brauch mir Geld. Aber sobald's Wolfi da ist, wird's besser. Muss ja bis zum Wolfi durchhalten. So, wo ist jetzt ein Magier? Rönt der da immer noch irgendwo rum? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendwo hat er einen Magier-Helden, da hinten steht er. Oh ja, naja. Rönt der Truppe. Uns gehen die Rohstoffe aus. Hört ihr zu ihr mal. Ich bin zu ihr mal. Ich bin zu ihr mal. Da hat's noch einen Pfarrer mir oder so. Auch interessant. Wir sind die Boten des Todes. Wir sind die schwarzen Lumenauer. Lass die Tromme nicht sehen, dass ihr an uns steht. Ah, Klappenhäuser. Sind günstig. Super. Der hat die Gashäuser nicht eingenommen. Das ist auch krass. Na? Schaut sie aus. So, Schmied habe ich immer noch nicht. Ja, weiß ich. Es kommt alles noch. So. Gut, gut, gut. Easy. Es dauert halt nur ewig. Das ist das Ding. Es dauert so lange. Oh, nee. Okay. Das muss jetzt auch grad nicht sein. Ha, ha, ha. Aha. Ja, das ist halt das Ding, ne. Die Gasthäuser müssen halt alle mal kaputt gemacht werden. Naja, bis das kaputt ist, mit Pfeilen dauert ein bisschen. Boom. So. 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 Sehr schön. Dann upgraden. Und wieder Mühen bauen. Immer Mühen bauen. Niemals aufhören Mühen zu bauen. So. Jetzt gibt es. Jetzt kommt alles. So. Oh. Oh, 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 oh. Der hat sich geheilt. Der hat sich geheilt. Da kommt weiter. Okay. ja passiert festung ist aber zerstört worden sehr schön dann spreche lauter ich höre ich mich das katapult hätte ich gern behalten ja geister lauf fliegt fliegt schneller ich kann das jetzt muss ich gewinnen jetzt gibt es gar jetzt ist ganz gefährlich das ist schön dass ich jetzt frostpfeile habe aber ja oh mein gott jetzt elendig der da auch noch hat denn da noch was ach da drüben theoretisch könnte ich wahrscheinlich noch mehr ausbilden aber ich mache lieber sicher kaputt und gut ist alles andere wäre verantwortungslos und ein paar truppen konnte ich aber nicht gut aber ein paar so 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 passt schon ok kurzes speicherli dann nope und dann wow 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 heyo und vielen dank fürs anschauen des videos wenn ihr mich unterstützen wollt klickt einfach auf den daumen rauf button habt ihr irgendwelche wünsche feedback oder vorschläge lasst es mich in den kommentaren wissen ihr könnt außerdem meinen kanal abonnieren um kein video mehr zu verpassen ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien tag macht's gut mit im kommt wir mit